Ähm, wir haben heute ein Packer gekriegt und ich weiß selber noch nicht was drin ist, es steht drauf Leinöl von Additive Media Oh, da steht da drauf T-Shirt ML Ich glaube ich schau das mal mit der Eiche jetzt auf die Klappe, so schnell wie es geht Weil das müssen die neuen T-Shirts sein Ah Oh, das ist ein T-Shirt Grübel Aha, haben wir jetzt auch Mhm, mhm, was sitzt jetzt hier? Nicht schlecht, wer specht Oder? Mhm Hier haben wir in alle Größen M Görlis Große Kleine XL sogar M Ja Ja Werden wir dann beim nächsten, äh, beim CD-Präsentation verkaufen Tschüss, dabei Gerne